Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Fire Emblem Warriors hier beim Shadow Dragon DLC. Seit dem letzten Mal ist super, super, super viel passiert. Ich glaube so viel wie noch nie zuvor. Ich habe mega viel gefarmt, werde dann gleich ein bisschen was davon erzählen. Erstmal habe ich ein Andenken nachgeholt von Anna, nämlich hier bei der Prinzessin-Binerva-Karte. Und zwar war es dieses Andenken hier, genau, Kommandantenspiel Level 60. Und dafür musste man mindestens 5 feindliche Festungen einnehmen und dort gab es dann das Bildchen B3. Gut, dann habe ich mittlerweile auch die Schriften für Linde und Minerva, die ja noch neu waren. Die habe ich ja eine hier bekommen und dann die von Minerva haben wir noch auf der anderen Karte bekommen. Habe ich auf jeden Fall dann auch ihnen schon gegeben und dann auch schon dort das 10.000er-Siegel gelöst, sodass es dann auch Linde und Minerva schon Waffen mit einer Stärke von 240 haben. So, und beim ganzen Nachholen habe ich mega, mega viele A- und A-Plus-Ränge bekommen, die ich euch jetzt mal kurz vorlesen werde. Könnte ein bisschen dauern. Aber trotzdem möchte ich euch das jetzt mal alles vorlesen, die B- und C-Ränge ja nicht, aber die A- und A-Plus-Ränge möchte ich euch schon vorlesen, sind auf jeden Fall die folgenden. Und zwar zwischen Liana und Lucina, Liana und Minerva, Leo und Minerva, Liana und Tiki, Liana und Marth, Nabal und Linde, Niles und Lynn, Liana und Nabal, dann noch Coen und Cheetah, Nabal und Minerva, dann außerdem noch Rowan und Coen, Sander und Niles, Camilla und Robin, Ryoma und Frederic. So, das waren alle A-Ränge, sehr viele. Und jetzt noch die A-Plus-Ränge, das sind die folgenden, sind auch einige. Und zwar, Linde und Minerva, Liana und Leo, Marth und Celica, Liana und Lynn, Camilla und Shida, Shida und Celica, Lucina und Anna, Hinoka und Lucina, Marth und Azura, Marth und Minerva, Coen und Sander und Hinoka und Oboro. So, das waren jetzt, ich glaube, elf Stücke oder sowas insgesamt. Und als ich übrigens dann mal die A-Plus-Ränge so ein bisschen durchgegangen bin, ist mir aufgefallen, dass ich noch zwei weitere A-Plus-Ränge schon hatte von Leuten, wo mir aber das Gespräch, das habe ich mir dann noch angehört, wo mir aber das Gespräch überhaupt gar nicht bekannt vorkam. Deswegen, vielleicht ist es so, dass ich dann schon mal in einem vorherigen Part oder beim vorherigen Nachholen mal das schon mal bekommen habe, diese A-Plus-Ränge, diese zwei, die ich dann gleich noch verlesen werde. Aber habe ich anscheinend euch, oder vergessen, dann euch noch die Gespräche zu zeigen. Deswegen werde ich dann auch die nochmal irgendwann nachholen. Das ist nämlich noch zwischen Shida und Tiki und zwischen Robin und Leo. Also beide Gespräche habe ich mir jetzt selber schon angehört und die waren auch wirklich sehr, sehr erinnerungswürdig. Deswegen, ich hätte mich daran erinnert, aber wir haben die noch nie angehört anscheinend. Obwohl ich sie aber schon freigespielt hatte. Deswegen, auf die werden wir uns dann mal später irgendwann anhören. So, es sind insgesamt jetzt, glaube ich, 13 Gespräche oder sowas, die wir uns nochmal dann irgendwann anhören werden. Aber ich habe mich jetzt übrigens, wenn ich auch mal kurz erwähnen, dafür entschieden, dass wir uns jetzt die hier bei dem Shadow Dragon DLC nicht mehr alle auf jeden Fall anhören werden. Ein paar von denen vielleicht auch, aber nicht mehr alle. Ich werde dann ein paar von den Gesprächen, oder sehr viele von denen, dann auf den Awakening DLC verlagern, der ja auch nochmal dann irgendwann kommen wird. Denn ich möchte ganz gerne, dass hier der Shadow Dragon DLC, das Let's Play hier, auf jeden Fall auch so ungefähr 28 Parts haben wird. Denn der Fates DLC hat ja auch schon 28 Parts. Und das soll auch ungefähr 28 Parts haben hier aus Gründen. Und deswegen würde ich dann auf jeden Fall einige Gespräche dann auf den Awakening DLC verlagern, der dann wahrscheinlich nochmal deutlich mehr als 28 Parts haben wird. Da wir dann vielleicht sogar mal reine Parts machen, wo wir uns nur Gespräche anhören werden. Da halt wirklich noch sehr viele übrig sind. Aber jetzt dann werde ich erstmal die Gespräche sein lassen und dann auf jeden Fall noch weitere Sachen hier anstellen. Ich werde aber noch ganz, ganz kurz in den Vorrat mal schnell gehen. Denn wir haben ja im letzten Part auch ein neues Kostüm erhalten, das man mal kurz anlegen will. Und zwar nämlich für Limm. Dürfte es eins gewesen sein. So. Nimm mich hier als Schwertmeister. Sieht dann so aus. Sehr interessant auf jeden Fall. Okay. Und übrigens, die Haarfarbe und die Augenfarbe ändert sich auch. Die wird irgendwie viel, viel heller. Ein viel, viel helleres Grün. Äh, interessanterweise. Aber, na gut, warum denn nicht? So. Alles klar. Gut. Und ich will noch eine weitere Sache kurz erwähnen. Oder kann ich eigentlich auch im Vorrat mal kurz zeigen. Ich will noch eine weitere Sache mal kurz erwähnen, bevor wir dann gleich auch wirklich loslegen werden. Wie gesagt, die Spräche hören wir uns dann mal irgendwann später. Vielleicht auch dann erstmal im Wakeling DLC. Mal gucken. Äh, denn ich habe ja gerade eben wieder ganz, ganz viel von Liena auch vorgelesen. Das liegt nämlich daran, dass ich mich jetzt mal ein bisschen schon mal auf Liena konzentriert habe. Weil ich wissen wollte, ob irgendwas passiert, wenn ich es bei einem Charakter schon schaffe, dort überall einen A oder A-Plus-Rang zu erhalten. Und ich habe es geschafft. Yay! Liena hat überall A oder A-Plus. Aber es ist nichts passiert. Hat es einfach jetzt überall und ist ganz schön. Das heißt auch, dass ich jetzt dann in Zukunft wahrscheinlich Liena nicht mehr so häufig mitnehmen werde. Weil es dafür nicht mehr so wirklich einen Grund gibt, außer halt um sie zu leveln, sage ich mal. Aber ansonsten gibt es halt da keinen so richtigen Grund mehr, weil sie halt schon eh mit allen anderen Charakteren halt A oder A-Plus hat. Deswegen werde ich dann wahrscheinlich sie nicht mehr so häufig mitnehmen. Ich werde sie schon noch ein paar Mal immer noch mitnehmen. Ja. Ich werde sie jetzt nicht komplett ignorieren. Aber halt dann etwas seltener wahrscheinlich. Okay. Gut. So, habe ich glaube ich jetzt alles gezeigt, was ich zeigen wollte hier. Und ich habe auch alles gesagt, was ich sagen wollte. Weil ich hier nämlich halt allen voran, dass wir uns dann die Gespräche wahrscheinlich dann erst immer bei welchen DLC weiterhin angucken werden. Da ich eben nicht will, dass der Shadow Dragon DLC so mega lang dauern wird. Ich habe nämlich schon echt überlegt, ob ich jetzt auch hier einen kompletten Partner an soll, wenn wir uns nur Gespräche anhören. Aber ist eben ein bisschen doof, weil ich halt will, dass das 28 Paar zu ungefähr werden. Aus Gründen eben. Und deswegen lassen wir das dann erstmal und werden uns dann die Gespräche nochmal später irgendwann anhören. Aber keine Sorge. Auf jeden Fall werden wir uns nochmal irgendwann hier in dem Let's Play, egal bei welchem DLC, nochmal jedes einzelne Gespräch irgendwann anhören. Werden auf jeden Fall keines ignorieren. Keine Sorge. So, jetzt ist es aber los. Und zwar mit der Arena hier, würde ich sagen. Level 32, wo ich dann Enners Bogen kriege. Ah, übrigens. Okay, ist mir gar nicht aufgefallen. Ich kriege Enners Bogen. Das ist überhaupt nichts Unwichtiges. Denn ich will den ja unbedingt haben, dass dann auch Enner mal ihre eigene spezielle Waffe haben kann. Okay, sehr schön. Und dann auch noch Linnis Talisman und den Ball von Aetolis. Und wir fangen an. So, also erstmal ganz, ganz viel erklären. Das war am Anfang, dass Parts hat auch schon jetzt ein bisschen Zeit gefressen von diesem Part. Weil ich jetzt dann doch immer auch relativ viel Fortschritt haben will in den ganzen Parts. Dass wir halt dann auch, wie gesagt, so ungefähr die 28 Parts hier anpeilen können. Wenn es jetzt ein bisschen mehr oder weniger wird, dann wäre es schon auch okay. Aber 28 Parts oder sowas, so um 28 Parts um den Dreh herum, wäre auf jeden Fall ganz schön für dieses Let's Play. Oder halt für diesen DLC hier. Gut, besiege alle Kämpfer oder erreiche den Arena-Ausgang. So. Yes. Hallo, Sender. Übrigens genau, alle meine Charaktere haben mittlerweile auch mindestens Level 104. Ein paar haben auch schon ein kleines bisschen mehr auf 104. Und Linde ist die einzige, die auf 105 ist. Aber alle anderen haben auf jeden Fall 104 und da auch schon eventuell ein bisschen was gemacht. So. Wir nehmen jetzt dann mal hier mit. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, wen ich mitnehmen soll. Einen von euch wieder wahrscheinlich, würde ich mal sagen. Und zwar mal... Na, Bad ist eh schon dabei. Das passt eigentlich ganz gut. Und dann noch ansonsten... Äh... Tiki vielleicht. Wo wir mal kurz gucken können, haben denn die beiden schon... Er hat die beiden schon den A-Rang oder A-Plus-Rang. Ah, haben sie schon. Dann nehmen wir hier mal einen anderen mit. Und zwar nochmal... Oboro hat er sie. Meinetwegen. So. Oboro. Okay. Gut. Well then, let's go. So ist es, denn auch die Systemstimme ist wieder neu. Denn jetzt in diesem Part haben wir Frederick als Systemstimme. So, alles klar. Dann fangen wir auch gleich mal an. Mit Oboro haben wir jetzt auch schon länger nicht mehr gespielt. Beim Fates DLC halt ständig natürlich, ja. Aber hier jetzt auf jeden Fall beim Shadow Dragon DLC kam sie auch was gar nicht mehr vor, so ungefähr. Deswegen darf sie jetzt dann noch hier wieder ein bisschen was dran machen. So, der ist schon tot, wunderbar. Und der auch reicht sogar, wir reichen sogar Standard. Ich kann mal kurz hier den starken Angriff machen, so. Yay. Ein bisschen draufhauen und stirb. Gut, das war kein Problem. Ja, ich werde dann vielleicht sogar mit Oboro ein bisschen mehr machen, weil eben Oboro auch nochmal deutlich stärker ist als nach Baal. Weil sie halt mit ihrer Waffe die dreifache Stärke hat, wie nach Baal. Ich gebe deswegen dann mal hier den blauen Prank ihm. Und ansonsten gibt es eh schon keine anderen mehr. Was eigentlich hier drin? Eine Münze? Ne, ein paar Münzen. Irgendwie 5 oder so was waren es vielleicht. Voll, voll die Ausbau, ja genau, hier ist noch ein gelber richtig. Und den kriegt auch mal nach Baal. Ja, okay. So, und da ist noch ein weiterer Braunder Krug mit mehr Münzen. Ich glaube, gerade eben hatte ich 477, ne? Und jetzt 480, ja genau, 5 Münzen sind da drin. Das lohnt sich, super. Gut, und dann erstmal noch weitere Standardgegner, die ich jetzt mal dann kurz dabei vielleicht nachmachen darf, so. Und Schwachkunde angriff. Yeah, okay, weil leider kann ich wieder nicht mehr als die Hälfte abziehen. Wenn etwas ein bisschen doof ist, dann gehe ich erstmal auf den hier. Das darf dann hier Oboro rummachen. Aber es stimmt eh schon vorher. Ja, so, alles klar. Yeah. So, und der Krieger darf auch da sterben, nämlich jetzt. Yeah, jetzt war auch wieder sehr einfach. Gut, und das kriegt schon auch wieder nach Baal, würde ich sagen. Der jetzt sogar schon da wecken kann. Nicht schlecht auf jeden Fall. Und den gelben Oboro hat sogar weniger bei ihrer Kriegeranzeige, weil halt gerade eben auch Nabal diesen Schwachkunde angriffen machen durfte. Aber ich gebe ihm halt trotzdem Nabal sogar, würde ich sagen. So, okay. Okay. Gut, dann kurz warten, bis dann gleich die dritte Welle erscheinen wird. Und jetzt kann ich mal gucken, was dann gleich bei der dritten Welle passieren wird. Denn wir haben ja hier beim Shadow Dragon DLC schon eine Arena gehabt, die irgendwie, oder wo auf jeden Fall irgendwie andere Regeln galten. Und ansonsten kommt ja jetzt immer ein Charakter. Und so ist auch hier. Aber diese eine Arena nicht aus irgendwelchen Gründen. Keine Ahnung. Und zwar Wälder ist es auf jeden Fall. Das darf man jetzt auch wieder kurz Oboro machen. So. 1, 2, 3. Yeah. Und dann 1, 2, 3, 4, 5. Und Schwachkunde angriff. Bam. Yeah. Das war kein Problem. Und dann noch auf den Assassinen aufrecht gehen, wo ich auch den Schwachen abziehen kann. Der hält ja auch ein bisschen mehr aus. So. Und nimm das. Sehr schön. So, jetzt kriegt er dann den blauen Trank Oboro, dass dann auch sie gleich eventuell erwecken kann. Und den gelben Trank. Äh, ja, Oboro hat sogar immer noch weniger. Ähm. Ja, dann kriegst du es mal sie, würde ich sagen. Einfach so. Passt schon. Okay. Ich glaube jetzt eh nicht, dass ich da jetzt wirklich so gut aufpassen muss, wer jetzt die Tränke immer bekommen wird. Da diese Mission hier, diese Arena Level, was war das, 33 oder irgendwie sowas. Da die sowieso machbar sein dürfte, schätze ich mal. Gut. So, die Blitze könnten bitte auch mal dann aufhören, übrigens. Fällt da reinlaufen? Yay. Aber ich habe keinen Schaden genommen. Ich versuche mal immer reinzulaufen, einfach so, weil ich, äh, einfach weil ich es kann. Aber jetzt war ich zu langsam leider. Ähm. Sind noch irgendwo welche? Oder haben schon... Ne, da wäre noch eine gewesen. Verdammt. Ich bin noch so langsam immer. Ich will jetzt noch einmal getroffen werden. Einfach so. Ähm, ne, hört auf. Schade. Na gut. Okay, ist vielleicht doch besser so. Ich mache schon wieder viel zu viel Blödsinn. Habe halt leider warten müssen, weil eben, wie gesagt, Arena nicht so ganz das Allerspannendste sind. Muss man leider sagen. Vor allem halt einfache. So. Yay. Drei Kämpfe gewonnen. Ich weiß. So, 2000 Gold. Und die vierte Welle. Mit Oboroo. Okay. Das war jetzt nochmal normal. Obwohl er ein Nahtfall ist, aber ich kriege da trotzdem hin. Ging dieser im Vorteil gegen die Axtkämpfer. So. Und Schwachpunktangriff. Bam. Yeah, Exit-Hose und nichts abgezogen. Nice. So, ich will am besten irgendwie von ihm den Schwachpunkt abziehen und dann währenddessen Oboroo treffen. Das wäre optimal. Ja, das stimmt ja aber schon. Verdammt. Weil da hätte ich halt leichter an ihren Schwachpunkt auch schön abziehen können. Aber ist okay, weil ich ja eh wieder auch ein bisschen noch auf die Verstärkung warten muss. Denn anscheinend ist es ja so, dass jetzt diese Arena auch nach den ganz normalen Regeln funktioniert. Wie halt auch die anderen Arena alle. Das also dann ab der vierten Welle jetzt dann schon Verstärkung kommen könnte und dann auch bestimmt kommen wird. Deswegen hau jetzt mal erstmal einfach so ein bisschen Oboroo weiterhin drauf. Und warte noch auf die Verstärkung und werde dann gleich dahingehend angreifen. So. Schön, Fünferkombus noch raushauen. Yay. So, sie regt sich schon auf, genau. Und dann gleich wird auch schon die Verstärkung kommen. Und wer ist es denn? Nabar. Okay. Das ist ja passend. Wir kämpfen gegen Nabar und Oboroo. Also komplett gegen uns selber. Das ist ziemlich witzig. Und ich mache da mal einen doppelten Spezialangriff. Und weg mit euch. Obwohl es Nabar sogar vielleicht überleben könnte. Mal schauen. Yay. Nee, er stirbt auch. Umso besser. So, den blauen Trank hätte ich mir jetzt sogar mal noch auf, würde ich sagen. Da ich ja eh schon mit beiden erwecken könnte. Deswegen lasse ich das mal. Aber ich kann mir den grünen vielleicht holen. Obwohl der eh... Ja, Nabar bräuchte, glaube ich, Minimalheilung. Das ist voll wichtig jetzt, mir den zu holen. Yay. Ohne aber den blauen zu berühren. Sehr schön. Ich mache schon wieder so viel Quatsch hier. Ich weiß. Was soll ich denn tun? Und das geht auch Oboroo. Gut. Und dann habe ich gleich schon wieder einen weiteren doppel Spezialangriff auch eventuell bereit, den ich dann machen könnte. Und dann gleich in der nächsten Welle werde ich ja das bestimmt auch wieder ein bisschen weiter noch auffüllen können, meine Kriegeranzeigen. Dass ich dann vielleicht sogar dann gleich schon wieder zwei parat habe, die ich dann machen könnte. Obwohl ich dann wahrscheinlich nur einen einsetzen werde. Mal gucken. So. Hey, die Kleider sind Blutgetränk von dir. Mission was a success. 4.000 Gold. Und damit dann die fünfte Welle. Und da erwartet uns niemand anderes als Owain. Ich bin auch wieder ein Vorteil des Metropor, deswegen ist es wunderbar. Und dann damit gleich ein Schwachpunktangriff. Mission startet. So, wie der Exitus nun nichts abgezogen. Wunderbar. So, dann mal kurz auch noch den hier vielleicht umbringen, den Kollegen hier. 1, 2, 3, 4, 5 und stirbt. Ah, nee, das ist ausgewählt, das fällt dir halt, du Arsch. So, jetzt stimmst du bitte. Danke. So, dann kann ich noch mal deinen Schwachpunktangriff vielleicht abziehen. Sehr ganz cool. Äh, ja, ich war zu langsam, aber schade. Aber ich meine, jetzt sind ja eh keinen Schaden mehr. Deswegen kann ich dann noch weiterhin auf ihn draufhauen. Das ist eigentlich ganz cool, weil ich meine, Owain nimmt ja jetzt erstmal keinen weiteren Schaden mehr. Und währenddessen kann ich aber trotzdem noch auf ihn draufhauen, aber er stirbt halt nicht. Und so kann ich dann noch die Kriegeranzeige noch ganz cool füllen. Das ist ganz witzig. Und da ist Lissar. Gut, das darf jetzt mal wieder einer Ball machen, würde ich sagen. Weil er nämlich gegen Lissar ein Vorteil ist. Ich will jetzt erstmal kurz warten. Und doppelsp... Fuck, jetzt bin ich noch getroffen. Jo, nötig. Ich will noch kurz warten. Oder selber eine Dreierkumpel machen und dann gleich einen doppelten... Was mache ich denn eigentlich von Scheiß? Doppelt Spezialwahl hinkriegen. Ja. Und zwar jetzt. Boom. Aber es reicht ihr schon aus. Ich habe gar nicht warten müssen auf den Schwachen von Lissar. Na gut. So. Ich sehe das auch. Ja, für Lerderick. Das habe ich schon gemacht. Übrigens, den gelben Trang kriegt dann Nabal, weil er gerade weniger hat. So. Ja, sie haben sich schon zurückgezogen. Lissar wurde besiegt. Genau. Und dann gleich kann man auch schon die Schlacht hier abschließen mit dann gleich der sechsten Welle. Und Wayne auch? Was sagt der noch? Die Schwingen des Chaos ist es. Die Schwingen des Chaos ist es. Der Kämpfer wurde auch besiegt. Yay. Schon vor 100 Jahren. Nur so. Mission was a success. Yes. So, 6.000 Goldmünzen und dann gleich die letzte Welle. Sehr schön. Nämlich. Liener. So. Und auch noch andere Assassinen und Kämpfer und sowas auch noch. Alles klar. Dann neulich erstmal ein bisschen drauf. Und Schwachbunkerangriff. Sehr schön. Bam. Wunderbar. Gut. Dann ist noch der andere Kollege erstmal hier von allen die Hälfte abziehen, dass er gleich noch ein bisschen mehr Schaden den machen kann. Und dann natürlich gleichwertig wieder dann eine doppelbezahlung ungefähr raushauen, wenn dann auch gleich die Verstärkung denn gekommen ist. Erstmal dir am besten alle killen, die kleinen hier. Kabam. Sehr schön. Unsere schon alle gestorben. Ja, nicht alle. Der erste geht noch. Aber jetzt nicht mehr. Und die Verstärkung kommt schon. Nämlich drin. So, 0. Äh, 0. Ja. Okay. Dann. Ich werde noch mal kurz warten. Doppelspezialangriff. Aber wird wahrscheinlich eh schon wieder ausreichen. Mal schauen. Kabam. Nein, diesmal sogar nicht. Alles klar? Dann Schmachfunkerangriff. Exitos. Und stirb. Lin, ich hoffe, du hast dein Schwert mitgebracht. Ja, ist schon zu spät, Lianna. Hm, ist das so, Lin? Glaube ich eher weniger. Bissi, Lin? Ja. Ach mal, ne. Mission was ist success. So ist es. Excellent. Cool. Wann ist das nächste Spiel? Gut. Haben wir auch diese Arena dann abgeschlossen. War wieder ein bisschen nervig. Aber kann ich ja auch nicht so wirklich dafür machen. Ich kann mir sogar überlegen, ob ich in Zukunft vielleicht dann dieses GitLaber immer rausschneiden sollte, weil es ja echt ziemlich langweilig ist. Vielleicht sogar vielleicht mal mir dann überlegen. Mal gucken. Aber jetzt haben wir es ja geschafft. Und haben wir eigentlich schon mal davor in der Barl ohne Rüstung gesehen? Weiß ich gar nicht genau. Keine Ahnung. So. Die Heldin bei Oboro. Und wir kriegen dann Annas Bogen. Exklusiv für Anna kann nicht als Schmiedematerial verwendet werden. Yay hat dann auch sie endlich mal ihre exklusive Waffe mit erstmal einer Stärke von 80 und Flieger tot natürlich und dann eben 6 abkühlen. Also alles standardmäßig. So, weitere Waffen. Weitere Materialien. Und wir haben den Behrer. Und es passieren keine neuen Doh... Ist jeder okay? Ich weiß, dass du viel überrascht hast. Geh nach Hause zu deinen Familien. Was ist falsch, Mann? Warum nicht du nach Hause gehst? Weil ich kein Haus zu gehen. Du bist eine Mädchen. Warum warst du als ein Junge? Um zu schützen, Herr. Mein Name ist Lind. Mein Vater ist... war Maloah. Ein Pontifex. Ich war ein Mannsgarb für die Garnett. Aber dieser dumm Schmiede mich nahe, als ich flieh. Also du bist Lind. Ich bin froh, dass du sicher bist. Wir waren alle über dich, du weißt. Wir sind alle zusammen. Ich versuche, dich aus dem Gefahr. Nein! Ich werde mich kämpfen. Mit deinem Waffen und dem Tome, wo mein Vater liebt hat mir, kann ich die Magie der Licht. Lass mich es benutzen, um ihn zu schützen. Ich will mich selbst zu Garnoff zerstören. In einer Goldrausch-Mission. Ja, können wir dann gleich mal spielen, würde ich sagen, dass ich dann auch wirklich gleich direkt die Schrift auf Enners Bogen draufhauen darf. Ist, oder draufhauen kann, ist glaube ich eine ganz gute Idee, deswegen machen wir das mal. Achso, ne, machen wir nicht, weil ich darf nämlich gar nicht richtig. Ich muss da erstmal hinkommen und sagen, nämlich die Mission spiele oder die hier. Lass mal kurz überlegen, das ist eine Goldrausch-Level 50, das sind dann wahrscheinlich 7 Minuten, schätze ich mal. Und ich will den noch in diesem Part eigentlich machen. Deswegen mache ich dann jetzt diese kurze Schattenhatz hier und dann danach noch die. Wird dann schon klappen, hoffe ich mal. Ja, und los. Okay. Ist ganz interessant, dass jetzt dann durch die Verstärkung sogar der Weg uns wieder quasi zugemauert wurde. Weil ansonsten, von Anfang an kamen wir ja eigentlich schon da an diesen Ort hin. Da waren wir ja auch schon ganz links oben auf der Karte. Aber jetzt kommen wir durch die neue Verstärkung dann nicht mehr hin und müssen uns erstmal wieder den Weg dahin freikämpfen. Finde ich ganz interessant. Aber na gut. Dürften jetzt aber diese Schattenhatz dann recht schnell schaffen. Das waren glaube ich aber hier nur Bögen zugelassen. Ich meine schon. Ähm. Damit es ein bisschen schneller geht, möchte ich dann mal Takumi oder Sakura nehmen. Weil die, auf jeden Fall, weil die am stärksten sind. Das ist glaube ich am besten so. Ähm. Weil ich meine, Anna hat halt nur einen Heldenbogen aktuell. Und, ja okay, nice ist auch noch super stark. Natürlich stimmt. Also ich könnte Nice oder Takumi oder auch Sakura nehmen. Ist eigentlich egal. Ähm. Ich nehme mal, ich nehme mal Sakura vielleicht. Jupp. Okay. Passt schon. Gut. Obwohl natürlich, andererseits fällt mir grad auf, dann doch Sakura die schwächste von denen ist. Weil er tatsächlich kein Astra hat. Weil Takumi und Nice haben Astra, aber sie glaube ich nicht. Deswegen wird dann doch vielleicht ein bisschen länger dauern mit den 600 Feinden. Aber 600 Feinde sind jetzt nicht so wirklich viel. Deswegen, das sollte sie schon auch dann relativ schnell hinkriegen, denke ich mal. Und sie sind wirklich sehr stark und kann ja durch Standardattacken auch schon den Schatten hier sehr viel Schaden machen. Deswegen, das sollten wir schon hinkriegen, denke ich mal. So. Erstmal den hier töten. Und dann haben wir schon gelernt, kurz warten. Da dann gleich hier direkt bei dem Ort vom Schatten noch weitere Feinde auftauchen dürften. Nämlich jetzt. So. Mal kurz an hier drehen. Yay. Und 100 Feinde haben wir schon. Und dann hoffe ich eben, dass wir dann gleich noch genügend Zeit auch noch für die Goldrausch-Missionen haben. Aber wie gesagt, das war ja eine Goldrausch-Mission mit einem halbwegs hohen Level. Und deswegen dürften es auf jeden Fall keine 9 Minuten sein. Vielleicht sind es sogar 5 Minuten. Das wäre auch ganz cool. Aber ich würde eigentlich bei Level 50 oder 60 oder was mal, würde ich eigentlich dann eher vielleicht Level... Oder auf jeden Fall nicht Level, sondern halt eine Zeit von 7 Minuten vermuten. Mal gucken. Gut. Und hier haben wir übrigens Ryoma. Der aber sehr viel Charme nimmt. Anscheinend hat Ryoma keine gute Resistenz. Weiß nicht genau, kann sein, weil ich meine, Sakura greift ja... Oder hat ja auch ihren Bogen auch Kopfüber und greift deswegen ja magisch an. Und anscheinend ist die Resistenz von Ryoma nicht so wirklich gut. Ich weiß es genau, aber kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Würde irgendwie passen. Wenn er keine gute Resistenz hätte, finde ich. Deswegen hat er dann jetzt eben Sakura sehr viel Charme machen können. So, und neue Feinde. Viele, viele neue Feinde. Nice. Die welche alle leicht besiegen können. Excellent. So. Und wir haben sogar dann schon leicht 300 und dann die Hälfte damit schon geschafft. Ist doch ganz gut. So. Und die andere werde ich dann mal noch da vorne mir holen, weil das sind auch noch einige Feinde hier. Und... Dann möchte ich aber gleich wieder auf jeden Fall schon noch in den Süden zurückgehen. Von der Karte, weil ja dort auch noch einige stärkere Feinde halt. Es sind auch einige Schatten. Sodass dann wieder neue kleine Feinde auftauchen, die ich dann besiegen kann. Geh mal am besten gleich schnell hin, würde ich sagen. So. Drei oder weniger Schatten, weitere Verstärkung aufgetaucht. Okay. Da rechts oben zum Beispiel. Jetzt erstmal hier, weil hier sind auch einige Feinde. Und halt zusätzlich auch so ein Sicherungssoldat, den ich dann auch sowieso gleich besiegen will. So. Und stirb. Sehr gut. Und da waren schon nur noch hier 150 Feindungen ungefähr, die wir jetzt noch besiegen wollen. Alles klar. Und das war jetzt kein Schatten. Deswegen, da werden jetzt nicht direkt neue Feinde auftauchen an dem Ort hier. Glaube ich auch noch hier ist ein Schatten. So. Verdammt. Wir haben übrigens auch neutralisierte Effektivität. Aber jetzt gehen wir trotzdem hin. Bam. Und stirb. Gut. Und neue Schatten dürften auch gleich hier auftauchen. Excellent. So ist es. Yeah. Und da waren schon 500. Und nur noch knapp 100 Feinde fehlen uns. Die wir es dann gleich auch noch bekommen werden. Hinterfessen sind auch noch einige kleine. Einfach so. Ähm. Das sind aber jetzt nicht mehr genügend, um noch auf 600 insgesamt zu kommen, glaube ich mal. Aber trotzdem ist es dann auf jeden Fall gleich schaffen. Halter oben noch einen weiteren Schatten besiegen. Und dann dürfte es schon gewesen sein, glaube ich. So. Okay. Reicht erstmal. Gut. Dann hier haben wir es noch mit Nice zu tun. Aber Nice hat glaube ich auch keine gute Resistenz. Wir können ihm nämlich auch sehr viel Schaden machen. Sehr gut. So. Vierer Kombo. Und dann eins, zwei, drei, vier, fünfer Kombo. Und stirb. Yeah. Okay. Da oben sind sogar auch schon neue Feinde gerade eben erschienen. Einfach so. Keine Ahnung. Dann will ich halt hier die 100 oder die weiteren 600 sammeln insgesamt. Und das war's. Yeah. Es ist vorbei. Ist alle okay? Gut. Das ging auf jeden Fall auch sehr, sehr leicht ohne Probleme. So. Und dann haben wir schon auch noch gleich Zeit, würde ich sagen, für dann halt noch diese eine Goldrausch-Mission da. Wo wir halt dann auch gleich die Schrift für Annas Bogen auch erhalten können. Ich hoffe, dass niemand verhört wurde. Okay. So, sie war die Heldin. Wer hat's gedacht? Wohl, wir kriegen noch ein Stahlbuch und andere Waffen. Und ein paar Materialien. Und dann kann man jetzt auch dann gleich schon hingehen und direkt weitermachen. Wie gesagt, dann noch mit dieser Mission hier. Mit Goldrausch-Level 50, wo ich dann halt die Schrift für Annas Bogen erhalte. So. Und wie gesagt, Level 50, das dürfte dann bedeuten, dass es 7 Minuten sind. 9 Minuten sind es auf gar keinen Fall, weil dafür müsste das Level viel niedriger sein. Aber für 5 Minuten reicht, glaube ich, Level 50 auch nicht. Da müsste es schon mehr sein. Da war's schon meistens auf jeden Fall mehr als 60 oder sogar 70 teilweise. Und deswegen, ich glaube, dass es dann 7 Minuten hier sein dürften. Wir schauen doch mal kurz. Aber 7 Minuten würde ja ganz gut passen. Und es sind 7 Minuten. Genau. Okay. Gut. Und hier nehme ich dann nicht nochmal Sakura mit, sondern stattdessen jemand anderen. Und zwar Minerva wieder. Weil Minerva halt bei Goldrausch und Zeitschlag-Missionen unendlich gut ist. Deswegen... Warum nicht? Und ich kann mal kurz gucken, wie ich da noch mitnehmen kann. Hier. Es wird, glaube ich, häufiger. Zumal, dass ich dann immer auf den Unterstützer-Level ein bisschen schaue. Ryoma zum Beispiel. Ja, Hinoka. Es gibt noch einige hier. Camilla. Sakura. Ich sag mal vielleicht Ryoma. Weil, wenn Ryoma weitere A-Ringer reicht es dann nicht schlecht. Elise hat noch gar nichts, aber... Ähm... Ne, ich sag mal sogar trotz mit Ryoma. Ich meine, ich werde nochmal irgendwann einfach automatisch dann zwischen Elise und Minerva dann diesen C-Rang mal endlich mal bekommen, hoffe ich mal. Das wäre jetzt sogar ein bisschen verschwendet, könnte man fast schon sagen, wenn ich das hier mache. Weil ich denke mal, dass es ja schon so sein dürfte, dass mal in irgendeiner Schlacht mal Minerva und Elise gleichzeitig vorkamen. Ich denke mal schon. Und das heißt, dass sie dann auf dem Weg zum C-Rang schon ein bisschen was gemacht haben. Also ich denke mal, dass auf dem Weg zum C-Rang zwischen den beiden wirklich gar nicht mehr viel fehlt. Und jetzt spiele ich halt dann komplett sieben Minuten halt dann auf jeden Fall in diesem theoretischen Szenario mit den beiden zusammen. Und dann wäre es halt so, dass es dann quasi verschwendet wäre, könnte man sagen. Weil ich glaube, es ist ja so, wenn ich halt jetzt einen neuen Rang erreiche, auf jeden Fall, dass dann nach einer Schlacht es so ist, dass dann dort das erstmal das Maximum ist. Und dass danach das dann nicht noch weiter drüber hinaus geht. Oder mit anderen Worten, es ist auch nicht so, dass ich in einer Schlacht den Rang zwischen zwei Einheiten gleich um zwei Stufen erhöhen kann. Also halt von nichts auf den B-Rang gleich. Das geht glaube ich nicht, weil halt wirklich das dann beim C-Rang quasi aufhört und ich dann eine neue Schlacht starten muss, um ihn dann wieder weiter zu füllen. Und deswegen ist es halt wirklich so, dass bei Minerva und Elise es wahrscheinlich schon kurz davor ist mit dem C-Rang. Und wenn ich jetzt eine ganze Mission spiele, dann ist es verschwendet quasi und ist mit Rihoma sinnvoller. Weil die jetzt dann halt eher vielleicht den B-Rang erreichen können, weil die halt da noch vielleicht weiter wechseln. Und ich werde dann mal irgendwann einfach automatisch, wenn ich wieder in einer Schlacht Minerva unterdies mitnehme und die gar nicht unbedingt zusammen packe, aber einfach nur halt beide dabei sind, dann wird es einfach mal automatisch irgendwann der Fall sein, dass sie dann den C-Rang erreichen. Das dürfte dann so sein. Deswegen ist dann glaube ich schon mit Rihoma hier ein bisschen klüger, denke ich mal. Okay. So. Dann wieder schön draufhauen und dann gleich schon nämlich 1000 Chaos hier. Obwohl dann erst ungefähr eine Minute um ist, deswegen ist es schon auch wieder ziemlich cool. Und der davon übrigens kutscht, der Goldtransporter hier. Kabam. Geht aber sogar immer noch, aber jetzt ist er tot. Gut. Und ja, da die 2000 K.O. sowieso wieder gar kein Problem sind, kann ich dann wirklich eher zu den stärkeren Einheiten hingehen, um dann halt mehr Gold und Material und Erfahrungspunkte und sowas zu erhalten. Da ist nämlich Frederick. So. Das darfst du ja mal kurz Rihoma warten, weil der da deutlich besser ist gegen Frederick. Und dann das. Yay. Aber hält sogar sehr viel aus der Frederick. Aber wenn wir dann trotzdem auch gleich besiegen können. So 3er Kombo und normal 1, 2, 3, 4. Und das reicht vielleicht schon aus. Die Mission startet. Ah. Die Mission startet. Die Mission startet. Okay. Bam. Und dann nochmal eine 3er Kombo. Yay. Und das Tod. Sehr gut. Und schon wieder neue Feinde. Also da komme ich gar nicht mehr hinterher mit den ganzen Feinden, die hier auftauchen so ein Gebär. Aber warum denn auch nicht? Dann ist es auf jeden Fall ganz gut, wenn die Feinde nicht ausgehen. Ist besser so, als wenn zu wenig Feinde da wären. Dass mir auf jeden Fall lieber, wenn lieber auf jeden Fall denn zu viele da sind. Da ich auch noch viele weitere von denen halt dann auch leicht killen kann. So. Hier ist dann eben noch ein weiterer Transporter, der auch mal sterben darf. So. Kabam. Und noch ein bisschen drauf zu blocken. Und stirb. Gut. So. Und hier sind weitere Feinde, aber sehr schwache, die mit einem einzigen starken Angriff schon sterben. Das ist super. Und was sind da oben für Feinde? Ja, auch sehr schwache. Irgendwelche Magier oder sowas. Yay. Die auf jeden Fall auch kein Problem darstellen für Minerva. Das kann sich auch leicht schaffen. Und dann kommt ein weiterer Charakter sehe ich gerade auf der Karte. Nämlich. Ich sehe sie ganz. Nämlich Robben. Okay. So. Ich mach doch mal hier einen doppelten Spezialangriff. Und stirb. Obwohl es Robben auch überleben könnte. Ich meine, Pferdeweg hat gerade eben auch sehr viel ausgehalten. Mal schauen. Bam. Und. Nämlich ist tot. Okay, ums besser. Sehr gut. Ist halt jetzt dann doch schon. Bei Minerva hier so, dass sie halt durch entfachen würde ich schon sehr stark geworden ist, weil sie ja auch die allermeisten der Chaos hier gesamt hat. Ich meine, sie ist ja für bestimmt 2.000 der Chaos auch sowas zuständig. Und deswegen ist sie halt jetzt dann schon vielleicht ungefähr doppelt so stark wie am Anfang würde ich mal schätzen. Deswegen kann sie jetzt dann schon hier ziemlich abgehen. So. Und ja, wie gesagt, die 2.000 Chaos haben wir ja auch mittlerweile schon längst erreicht. Deswegen kann ich dann wirklich versuchen, eher auf die noch starken Feinde halt zu gehen. Und ich sehe grad, dass da auf jeden Fall da ganz links bei dem Palast da, dass dort noch irgendjemand ist. Klappe ein Aubein ist da. Da steht auch jetzt auch um genau. Ein Aubein, der da eine Dörflerin oder ein Dörfler halt hier ärgert. Gut. Ich will noch mal kurz aushelfen. So. Und stirb. Gut. Und aber ständig tauchen trotzdem neue Feinde auf sich dann hier besiegen kann. Neue Transporte da und sowas. Aber ist auch okay. Wie gesagt, noch weiteres Gold und weitere Erfahrungspunkte und auch Materialen von denen erhalte. Deswegen, das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Okay. Wir haben übrigens dann wahrscheinlich schon 3.000 oder nicht 3.000, 30.000 Gold meine ich. 30.000 Gold schon gesammelt. Das kann sich auf jeden Fall aussehen lassen. Yay. Excellent. So. Und nochmal 2.000 Gold von der Dörflerin. Vielen Dank. So. Und da ist mal ein weiterer Transport oder sowas, der da ankommt. Hier nämlich. Ah. Ne, ein Magier war das. Auch gut. Und dann versuche ich halt jetzt, wie gesagt, dann eher noch zu den etwas größerenen Punkten auf der Karte hinzugehen. Und dann noch die Feinde alle zu besiegen. Weil die kleinen Feinde sind mir jetzt eh schon eh schon relativ egal. Weil ich ja eh schon die 2.000 Chaos schon längst überschritten habe. Und deswegen gehe ich dann wirklich eher auf die noch etwas größeren Feinde. Macht glaube ich wirklich mehr Sinn. Okay. Dann ist noch da unten einer. Noch ein weiterer Transport oder Dart. Sehr schön. Und dann kommt da oben gerade wieder einer eingelaufen. Obwohl wir glaube ich jetzt gerade eh schon wieder die Großoffensive gerade haben. Weil bei Goldrausch war es doch glaube ich so, dass da bei 2 Minuten, bei den letzten 2 Minuten schon die Großoffensive startet. Oder? Ich glaube schon. Weil ich meine, bei Zeitschlachten ist es ja bei 1.5 Minuten. Aber ich glaube, dass es hier schon bei 2 Minuten war. Deswegen ja, die kommen schon alle hergelaufen. Alle roten Punkte gehen hierher auf der Karte zu mir. Und ich kann hier dann noch leichter besiegen die Feinde. Und dann noch locker 4.000 K.O. schaffen. Und ich meine vielleicht, wenn wir jetzt die Feinde hier nicht ausgehen. Wenn auch geblieben Feinde hier immer spawnen. Dann sind sogar noch die 5.000 K.O.s dann auch nicht so ganz undenkbar. Weil wir haben ja am Anfang von der Mission auch sehen können, dass wir die ersten 1.000 K.O.s in ungefähr der ersten Minute auch schon erzählt hatten. So ziemlich. Und jetzt sieht es wirklich so aus, als könnten wir es noch schaffen. Es sei denn, die Feinde gehen halt hier doch aus. Und es spawnen dann nicht mehr genügend schnell neue nach. Das könnte schon auch ein bisschen. Das ist ja häufiger der Fall leider. Bei Zeitschlachten nach Goldrausch-Missionen. Dass dann doch mal irgendwann die kleinen Feinde halt ausgehen. Das dauert ziemlich lange. Aber irgendwann gehen sie dann doch mal aus. Und wenn sie jetzt aber nicht ausgehen, dann können wir es auf jeden Fall noch schaffen, hier dann auch auf 5.000 zu kommen. 4.500 haben wir schon mal. Was auch schon mal echt eine gute Leistung. So jetzt gehen sie mir aus. Leider. Da sind noch ein paar. Aber halt bei weit nicht mehr genügend. Und da ist noch ein einzelner Gegner irgendwie. Und da ist auch noch einer, habe ich gesehen. Aber ansonsten keine mehr. Und ja, jetzt sind dann offiziell hier alle Gegner weg von der Karte. So ungefähr. Da einen einzigen roten Punkt sehe ich noch. Ja, hier ist auch noch einer hat überlebt. Wo denn? Okay, da. Ich habe versuchen wirklich alles zu klar. Okay, jetzt ein paar neue wenigstens. Also vielleicht ist dann doch noch, wenn ich hier geblieben wäre. Auf 5.000 kommen können wir eigentlich nicht, weil es sind auch viel zu wenige. 5.000. Aber naja. Habe ich jetzt alle Gegner hier getötet? Ne, einer ist noch da. Irgendwie. Ne, nicht ein paar noch. Yay. Aber abgesehen von zehn Feinden oder so war da jetzt wirklich niemand mehr da. Okay, cool. So, sehr schön. Yay. War dann auch wieder sehr erfolgreich dieser Part hier. Ich habe es jetzt auch wieder so ein kleines bisschen überziehen müssen. Aber ich habe auch am Anfang des Parts viel erklären müssen. Und wir haben trotzdem drei Missionen geschafft. Deswegen, das ist schon sehr gut, wie ich finde. So. Und jetzt dann gleich bin ich gespannt, ob Ryoma und Minerva jetzt noch wirklich den B-Rang erhalten haben. Mal schauen. Aber erstmal mal ziehen die Heldin. So. Dann gibt es weitere Waffen. Weitere Materialien und allen voran die Schrift für Annas Bogen. Und... Yay. Der B-Rang. Ich bin froh, dass wir uns besser kennenlernen können. So. Sehr schön. Dann würde ich aber erst mal sagen, Leute. Was ist dann hier für diesen Part von Let's Play Fire Emblem Warriors hier beim Shadow Dragon DLC. Beim nächsten Mal geht es dann hier... Oh Gott, 90 ist hier schon. Geht es dann hier mit weiteren Missionen noch weiter. Ja, ja. Wir sollen ja als nächstes dann uns mit Chrom hier treffen. Ähm. Ist eigentlich die finale Mission schon da übrigens? Oder fehlt die sogar noch? Die ist noch gar nicht da, oder? Die wird dann wahrscheinlich halt dann auftauchen, wenn ich dann auch die Mission von Chrom spiele, denke ich mal, oder? Ich schätze mal schon. Auf jeden Fall haben wir ab jetzt aber dann nicht mehr so wirklich mega wichtige Missionen. Übrig halt noch einige mit Annas Andenken und sowas. Aber auf jeden Fall keine Missionen mehr, wo ich halt nochmal komplett neue Waffen erhalte oder aus Schriften oder sowas. Deswegen die anderen Missionen und die nächsten Parts werden dann halt wirklich erstmal aus Bonus-Missionen quasi noch bestehen. Aber hier zum Beispiel Level 90 schon auch. Aufmarsch-Doppen Level 90 ist schon auch ziemlich fies. Aber werden wir dann trotzdem die nächsten paar Parts schon hoffentlich alles hinkriegen. Okay. Auf jeden Fall würde mich da noch selber einen Daumen hoch, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen. Und hoffentlich werden wir uns dann bei neuen Videos wieder sehen. Gut. Das ist dann, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ciao. Ciao. fill mit In AF